Klingt ja recht gut für uns aus. Wir haben einiges im Late Game geschafft, was im Early Game verloren gegangen ist bei uns. Hat alles ganz gut gepasst. Soweit. Mal sehen. 1, 1, 9, 34, 8, 1, 1, 1, 22. 100 Sieger. Okay. Ich glaube nicht, dass das wirklich stimmt. Ähm. Okay. Dann nicht. Wow. What the heck? Was ist das da hinten in der Nase? Level 50 ist schon eindrucksvoll. Sieht mal selten. Sagen wir es mal so. Okay. Ich riskiere es einfach mal. Ich riskiere es einfach mal. Okay. 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 Und so beginnt. Ich bin gerade überlegen, ob ich rausgehe, damit das Spiel nicht gewertet wird. Das ganz schnell. Weil. Nee. Ich gehe doch nicht da rein, wenn der den Smoke of Decent da so raushaut. Sag mal, wer bin ich denn hier? Ich hoffe einfach, dass ich die 50 zurückkriege. Ich hätte früher rausgehen sollen. Das ist einfach... Oder ich hätte nicht... Ich hätte einfach vielleicht nicht setzen sollen. Scheiße. Ich hoffe, ich war schnell genug. Aber ich vermute nicht. Ich vermute ja eher weniger, dass das funktioniert hat. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Vor allem als... Vor allem als... Als Kling's Smoke of Decent. Drei Mal? Und da... ich... 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 Nee. Nee. Unglaublich. Alter Schwede. Ich bin doch so... warum war ich denn bitte in der gruppe mit lauter so anfängern ich meine ich habe da jetzt nicht darauf geachtet aber seitdem ich da war so ordentlich über aufs kreuz gelegt worden bin mit den ganzen anfängern ok ich brauche nur towers ich brauche wen um medusa auszuschalten mal sehen was die jetzt wählen und demnach demnach oh shit ich wollte schon sagen wir brauchen irgendwas damage mäßiges Ich hoffe, der bleibt bei Bounty. Oh, okay. So gut, dass das Spiel endet. Schneller. Ich bin mal gespannt. Ohne mich im letzten Spiel. Aufstellung war eigentlich okay, aber ohne mich. Sicherlich schwierig. Auf... Erst auf Sven? Kann ich doch vergessen, wenn ich da was drauf setze. Ich schreibe mir wahrscheinlich anders. Ich schreibe es nicht so gut, dass sie jetzt nicht so gut so viel zutraut damit. Oder da. Ohne minute until 30 Sekunden after battle. Light my way. Yes. Yes. It's time for fantasy world avatars to pretend to murder one another. Blessings upon a loyal warrior. Let's not have a match. Let's not have a match. Let's not have a match. Ok, zumindest haben wir nicht Radmaler hier Na ja, richtig die Frage Da bräuchte ich ja wieder was eigentlich mit Oh, 62 Gehst du zu? Nein, wurscht Oh shit Oh shit Oh shit Hm Wow, das wird ein hartes Late Game Hat er den Boot aufgestellt Das war ein Schritt zu weit Yes Yes I am light to battle Hat sie noch abgedreht vor der Reichweite Light my way Straight as an arrow No Where to? Ok Yes Denied Certainly Dang it Bisschen mehr Bisschen mehr Bisschen mehr Yes Riskant auf jeden Fall Point the way Money changes Die Dose hat noch weniger Light my way Glücklicherweise Certainly Ich sehe wirklich im Moment auch nicht so stark We have first blood Fuck you Fuck you I am on fire Indeed Was war das? Whatever Ich hab mal wieder first blood Und das als kleines Wunderbar Ich hab mal nie erwartet das als kleines Ich hab mich vorher unsichtbar machen sollen Ich hab mich vorher unsichtbar machen sollen Okay Irgendwas hab ich auf dem Mauspad und ich krieg's nicht ohne Okay Okay Point the way None quicker Ich hab mich Jürgen Ich hab mich Wunderbar Nicht Ei Ich hab mich Was ist Da Ich bin Ich bin Ich bin Hier Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Schlecht, da habe ich wahrscheinlich den Stun doppelt eingesetzt. Nicht gerade optimal, aber geht schlimmer. Achso, ich könnte ja mal... ...just for fun. Ja! Ja! Hm? Ich liebe die Kriege! Ja! Sech, schreie! Sech! Ja! Zitzen, schreie! Fie schreie! Schreie! Ich bin nicht in der Garde. Ich kann mich nicht in der Garde. Okay, wir haben geswitcht. Nekro ist... Ah, Nekro ist mit. Oh, shit. Ah, Level 6 Switch. Ah, kommt schon. Der ist eingangs, ist Level 4. Ich kann nicht. So wenig Mana. Okay, wir haben Sniper. Alles klar. Das war gut. Sie wird sich unsere Rune schnappen. Dang it. Wir sehen die ganzen Kleinen. Das könnte sein, Möllinger. Ah, da sind die beiden. Oh, nice. Oh, ey. Jawohl, bin ich eigentlich auch... Nein, ich bin... Dämon. Geh ich doch mal von aus. Ich bin gegen den Iraner. Ich bin gegen den Iraner. Das Problem ist gegen die Panzer. Sonst klappt das nicht. Shit, das ist nicht gut. Flug. Okay. Okay. Mal sehen. Was ist hier? Okay, Leiden haben sie voll erwischt. Oh shit, okay. Okay. Ich glaube doch nicht, dass sie Angst vor mir hat, oder? Ich meine... Ne, gegen die Unsichtbarkeit kann ich ja nichts machen. Irgendwer nicht im Wort schon stehen hätte. Tja. Oh, okay. Oh shit. Oh shit. Alter, ist die Übel drauf. Nein. und Stunnen. Verhalben Pleister, wie soll ich die denn? Ne, sie kommt nicht mit. Sonst werden die ja jetzt mit ihr Netz spannen um unsichtbar zu bleiben. Wollen wir doch mal sehen. Okay. Zuerst mal stelle ich mich hier möglichst auf den Weg. Oh, nein. oh nico ok Okay...Fail. Ich hab nicht genug Mana für die Ulti gehabt, nehm ich doch mal an. Oh Scheibenplatz. Eko ist wahrscheinlich schon wieder drin. Oh komm. Scheißhaft jetzt. Was ist denn... Ah, ich wollte schon sagen. Das ist noch wesentlich mehr Netze. Wesentlich mehr Netze, ne. Das könnte ich mal raus machen. Ähm... Waitkin könnte mich retten im Falle von... Um... 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 Damit die aktuell denn noch am Falle kommt? Ichvariante. Achtungsporn. Ihr Mittel Tower ist untertitelt. Nichts schneller! Die Schwestern schreitst du Mittel Tower. Die Schwestern der Schwestern hat fallen. Ja! Die Schwestern der Schwestern ist ein Teil der Strategie, oder? Ja, das ist wie ich das interpretieren. Die Schwestern! Oh ja, das ist gut. Ich schreit meine Schwestern! Wow! Ich glaube, so lange habe ich noch nie an einem Tower. Sie müssen lernen, sich selbst zu retten. Ja! Ich bin in der Top Tower unter Siege. Das ist eine Tower, die sie nicht nach Hause nehmen werden. Okay. Hm. 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 Unser Top Tower. Die. Ja. Auch nicht. Ja. 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 Okay. Irgendwie hat sich das geholt. Ist das euer Ernst? Einfach 100 Gold in den Wind geschossen. Einfach 100 Gold in den Wind geschossen. Ich sicherlich nicht. So. Okay. Bratmother ist wieder unten auf Bord. 13. 14. Oh. Fuck. Jetzt wäre... Sven oder so. Irgendwie sowas. Okay. Ja. 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 Wo ist da unten? Sven, okay. Sven ist eigentlich recht leichter Bord. Ja. 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 Schmerz nach ihr fest. Hm. Oh Gott. Wow. Könnte ich in der Zwischenzeit mal gucken? Aufgegeben nach 6 Minuten, oder nach 6 Minuten, wo das Spiel beendet. Nope. No chance, dass ich da irgendwas ausrichten kann. Niemand schneller! Let's fly! Mist, wenn ich nur wüsste welcher der jetzt erst... Oh mein Gott! Was soll man da machen? Wenn du nicht schon dein Set da hast... Das ist einfach... Ich versuchte es... Keine Ahnung, wie wir das verteidigen sollen... Tja... 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 Oh mein Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir sind viel zu carry für den Scheiss Du auf keinen Fall Oder auch nicht Ich werde trotzdem unsichtbar Scheiße Wenn ich überhaupt irgendeine Chance haben werde Jetzt haben wir eine Chance gegen einen Fahrgegner Du kannst schon Light my way So, jetzt haben wir jetzt eine Chance None quicker Yes Okay Du kannst das Wir nicht Wer kann Okay Wow Oh no. Das ist krank. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben unser Ziel erreicht. Komm schon. Ich hab nicht genug Mana für den Scheiß. Ich hab mal 7er Mana Regeneration. Oh ja. Dann kursieren die Straße. Fuuuck. Oh Gott. Oh Mann. Oh mein Gott. Okay. Komm jetzt mal sehen wir. Oh Gott. Ich bin der Bühne. Ihr hübschst. Ihr hübsch. Ihr hübsch. Du krankst. Du krankst. Ja. Wow. Proud. Bad Mother hängt hinten dran. Wir sind am Gewinnen. Da ist alles draufgegangen. Nicht unbedingt dramatisch. So, ich nehme mal an. Farben ist angesagt. So, ich nehme mal an. So, ich nehme mal an. So, ich nehme mal an. Oh, mein Gott. So, ich nehme mal an. Ein Licht, in mir. Okay. Ich nehme fast. Wir sind alle da. Ah, scheiße. Ich nehme mal an. What is this? Wait. Ich bin draufgegangen, weil sie mich erwischt hat. Wow. Mist, hätte ich sie vorher gesehen? Hm. Okay, 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 okay. Nicht gut, nicht gut. Sie ist unsichtbar, sie klettert auch über... Da ist sie... So, okay. Das Problem ist, ich bin silenced. Okay. Aber da war noch... So, okay. So, okay. So, okay. 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 Die kriegen das. Ich gehe in den... in den Jungle. Okay. 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 Lichtking hat auch acht. Luna hat sieben. Habe ich noch 30 Sekunden für Bot? Wir schaffen das. Okay, Augen aufhalten. Okay. Und ein Bot Tower. So, Monkey King Bar. So, ich bin hier. Ah. Monkey King Bar. So, ich bin hier. So, ich bin hier. Ich bin hier. Dominator. Sicherlich. Schlecht, der wird mir den Kösterang dann aufholen. Wray King hat zehn. Okay, Sniper sieben. Sprecher. Und sieben. Und sieben. Sprecher. Und sieben. Sprecher. Okay, das war Fail hoch 10 Das war wirklich echt daneben Dann hätte ich mich wieder unsichtbar gemacht Das wäre natürlich doof gelaufen Okay Oh, greift auch an, verdammt Ah, dang it Das lohnt sich zurückzukaufen Schau mal drüber Die lockt das gar nicht An acceptable amount of murder And twice the murder My bones ache The enemy's main tower is formed Straight as an addo Ich hätte weniger oft sterben sollen Aber Selbst die guten sterben Bingo Errungenschaft abgeschlossen Tu alles was du kannst Wo sind wir denn hier? Schließe 20 wöchentliche Quests ab 1000 Punkte 10 Level Habe ich jetzt mittlerweile geschafft Wow So, mir bleiben jetzt noch Zwei Zwei 27 27 17 Nein Doch Hä? Moment Auf jeden Fall zu viel Um das zu erfüllen Schade Die 15.000 Bei der Wette Wird auch schwer Hätte ich früher anfangen müssen Bleibt nur noch Prognosen Bleiben nur noch die Prognosen Tja Und ich habe mein Geld zurückbekommen Das Spiel wurde nicht gewertet Und wir haben nur noch 500 Punkte Bis Level 52 Das ist wunderbar Die Türme sind wieder absolviert Gut in 10 Stunden Das ist dann Morgens Ja Erfolgsquote 48% Mal sehen, was wir hier haben Können wir das nicht einfach Äh 2016 Ups Kann man nicht so einfach einen sehen Ah Herbst Transition Support 1700 First Blood 1706 Spiele 1706 First Blood Unglaubwürdig Aber gut Irgendwie Irgendwie Kriegt mir das bestimmt Gedeifst wird Dass man das Die Werte hat Spiele Ja Tja Na gut Das war dann die Runde Ich bin gerade mal überlegen Ob ich mir für heute Ja Hm Okay Für heute ist genug Ich muss noch Folgen Holan Ich bin erst Im August Mit den Folgen Ähm Und mir bleiben noch knapp 200 Also Roundabout Wenn ich hier mit Durch bin Mit Battle Pass Dann hab ich Wahrscheinlich Wahrscheinlich Ähm Ein Jahr im Voraus folgen Oh mein Gott Gut Aber die werde ich dann jetzt mal planen Und ähm Wir sehen uns dann Morgen Abend Oder in der nächsten Folge In dem nächsten Video Wie auch immer Ciao